willkommen zu einem neuen let's play wir spielen judge eyes beziehungsweise in deutschland ist das bekannt und project judge ich habe ungefähr ein jahr auf dieses spiel gewartet und wenn ich länger ist es mit meinem lieblingsschauspieler kimura takuya und ich bin so glücklich dass es raus und endlich kann ich ich habe es schon angespielt auf japanisch zusammen mit einer freundin und gott sei dank hat mir jemand hier ist viel geliehen ich habe noch keine eigene wird mir definitiv eine kaufen alleine schon wegen dieses deals ich kann es nur empfehlen und eigentlich möchte ich nicht so lange rumlabern sondern will eigentlich ja gleich anfangen ich hatte es schon angefangen aber ja ich muss noch mal neu anfangen weil die aufnahme hat nicht geklappt es gab eine rückkopplung und ganz viel drama und jetzt fange ich einfach neu an wir spielen auf normal ist ja klar standard einstellen autospeichern einst auf jeden fall ich hoffe die ladezeiten sind nicht so lang wie bei kingdom hearts beim dieses spiel wird einfach ewig dauern aber es ist so toll ich ist einfach so sehr ich freue mich auch unglaublich ist einfach so toll wer jakusa kennt das ist von derselben reihe von den selben machen wer spaß an dem spielprinzip an sich hatte der dürfte da auf jeden fall total viel spaß daran haben ich habe jakuza 1 bis ja und ich werde wahrscheinlich permanent fangören weil dieses spiel einfach so toll ist ihn ist auf japanisch natürlich ja ja Oh, meine Yagami? Es ist sehr schwierig, aber er hat sich sehr gut gemacht. Wie lange dauert das Yagami? Na, Saori-chan? Das war's für heute. Ich sage das jetzt, wenn es der Bewerb war, dass es auch im Bewerb war. Das ist doch so wichtig. Was für 99% der Bewerbungen ist, dass es nur ein Bewerbungen ist. Das ist doch das, was es, aber es ist auch ein Bewerbungen. Der Bewerbungen ist eine eine Heroin. Der Grund ist auch ein Bewerbungen. Das ist ja. Das ist ja, oder? Das ist doch nicht so, was ich? Das ist nicht so, was ich? Das sieht nicht so aus, was ich. Aber das ist ja nicht so aus. Ich würde mich nicht sagen, dass du dich über deinen Vorbeinigung dazu hast. Entschuldigung, danke dir. Ich wünsche dir, dass du so aus. Mein Hand ist gut, aber ich habe einen großen Bewerb, von der von Higemann. Ich bin ein Verwaltter. Ich hab dich, dass du deinem Begriff aufgerufen wird. Es ist eine große Herausforderung. Das ist wirklich, was ich wirklich? Nein, ich bin es nicht. Ich bin es ein Verwaltter. Aber das ist... Es ist kein Verwaltter, nicht wahr. Es ist nichts zu tun, also... Ihr wisst euch, der erste Verwaltter der Überwaltterung ist 99,9%! Das ist ein sehr guter Punkt. Was? Wie soll ich das? Was? Ich hab das nicht! Ich hab das nicht! Ja. Ja. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich verstehe. Ich werde das nicht verstanden. Was ist das? Ich habe einen Kuss mit einem Kuss mit einem Kuss mit einem Kuss mit einem Gasoliner. Das ist kein Kuss, oder? Was ist das? Ich habe einen Kuss mit einem Kuss mit einem Kuss? Was ist das? Warum? Das war's für heute. Hören Sie sich nicht! Die können einem den ganzen Spaß verderben. Kamuro-Tou! Er könnte dieser Penner sein. Man weiß es nicht. Seine Händen sind einfach... Super. 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 Was? Willst du sterben? Das ist ein Verrückter. Was machst du? Ich habe mich mit Schimpel gebeten. Ich habe mich mit Schimpel gebeten. Ich habe mich mit Schimpel gebeten. Schimpel ist das jemand? Ah! Kaido, schlecht. Ich werde bald wiederholen. Es ist sehr gut. Bruce Lee-Style. Meine Lieblingsbeschäftigung. Leute anpöbeln und Leute vermöbeln. Das Kampfsystem ist dasselbe wie in Yakuza. Ein bisschen angenehm. 2, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Angriffe ab. Schock. 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 Ist das voll? Ex-Leiste. Wann ist die denn mal endlich voll? Ah, da war was. Bleib doch mal stehen, ich möchte das an dir ausprobieren. Jetzt mal so ein Hütung. Das ist leicht blutig. Beende den Kampf. So, komm, wir machen das hier jetzt mal zu Ende. Oh, es ging schon. Was? Ich habe kein Geld dafür bekommen. Kann er ihm das nicht abnehmen? Das finde ich nicht okay. Typ mit Lederjacke unter seinem Jumper. Was man halt so hat. Und plötzlich ist der Bart weg. Es macht mich einfach so unglaublich glückliches zu spielen. Noch schöner wäre es, wenn Firo da wäre und wäre es so. Aber das geht leider nicht, weil die ist nämlich... Und... Aber ich spiele das jetzt viel. Ich verspring mal die ganzen Anfangssachen quasi, weil ich, ähm... Das schon... Es ist einfach so schön, seine Stimme zu hören. Es macht mich einfach so unglaublich glücklich. Ups, da war ein Fahrrad. Ja, da bin ich. Oh, Kamurocho Asian Beauty Show. Hm. So, einzigartiger Hut. Das ist nicht irgendein Hut. Das ist ein einzigartiger Hut. Er hat ein auffälliges Muttermal im Gesicht. Ah, okay. Mal sehen, ob hier jemand ist. Äh, ja, das hatten wir schon mal. R2. Was ist das? Nein. Du hast keine Muttermal. Du bist das nicht. Du siehst aus wie mein Freundchen. Und eine Waaze. Immer noch kein Geld. Ich glaube, wir bleiben einfach arm. Wir sehen dich. Wie kann man nicht Kimura Takuya sein wollen? Ich verstehe es einfach nicht. Äh, ich bin nicht da. Wer sucht denn so? So ein Quatsch. Ja, ich verstecke mich ja schon. Ich bin quasi unsichtbar. Er kann mich niemals erkennen. Ich bin das Schild. Ich bin eins mit dem Schild. Ich folge dir auffällig. Ich bin der beste Detektiv, den es gibt. Und... Was haben wir hier? Okay. Du siehst mich nicht. Ich bin wie der Wind. Wie ein Ninja. Guck ruhig. Aber trotzdem wirst du mich nie sehen. Du siehst mich nicht. Und da hätte ich mich nicht. Du siehst, dass ich nicht. Du siehst. Du siehst. Ich spiele auffällig an meinem Handy rum. Gebe ich meine Deckung auf. Und verstecke mich hinter diesem Auto. Nein, er hat mich gesehen. Fail. Also beim ersten Mal habe ich es auf jeden Fall geschafft. Und beim zweiten Mal fail ich. Super. Ich dachte, ich habe noch genug Zeit. Schade. Wurde doch nicht so der Super Detective. Also beim Tatort kann ich definitiv nicht... Ja, das haben wir schon gesehen. Entschuldigung, ich wollte das nicht. Das Problem ist, wenn der rennt, dann ist der halt super... Also der rennt halt super ungewöhnlich und deswegen... Ja... Hat das nicht so geklappt. Aber hey, gleich... Warum nicht gleich am Anfang verkacken? Also wir sollen also quasi unsere Miete zahlen. So, jetzt gehen wir mal nicht auf Risiko. Jetzt spielen wir mal ordentlich. Bla, bla, bla. Handy, SMS schreiben. Hey, bringen wir mal was mit. Jetzt verstecken wir uns hier hinter dem Auto erstmal. Hey, gehen wir aus dem Weg. Jetzt dreht er sich um. Ich verstecke mich hinter diesen schnicken, schnicken äh, Männern. Boah. Jetzt folge ich dem. Guck ich, was der macht. Wer redet da mit irgendjemandem? Oh. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu nah. Der kauft sich irgendwas. Jetzt geht er nach... Da habe ich quasi keine Deckung, aber ich glaube, der kommt hier gleich wieder zurück. Da ist er. Versteckt mich. Er sieht mich nicht. Oh, shit. Uh. Das war Knap. Da ist ein Netto Kaffee. Ich doch nicht. Nicht, dass er mich nicht schon zweimal entdeckt hat, weil ich einfach nicht richtig klingeln kann, aber... Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ja, geh ruhig in die Gasse. Ich folge dir. So dunkel manchmal habe ich hier ein bisschen. Juhu, ich habe es geschafft. Immer noch kein Geld. Ich glaube, wir bleiben. Kaido, ich habe das Das ist keine Taube, sondern eine Katze. Aber die Drohne aus, finde ich. Was für ein Zufall, dass ich diese Drohne gefunden habe. Aber die Drohne aus, war es noch ein Mann? War mir doch ein Mann. Ich habe es gesehen. Ich habe einen Mann im Käufer gesehen. Ein Mann? Die Drohne aus, dass man keinen Geld mehr verwendet hat? Er hat sich in der Welt zu vermitteln. Englisch mal. Ich? Als ob jemals. Entschuldigung. Ich wollte mit Ihnen über Gott reden. Und ich will das Geld. Und wenn ich das Geld verabschiedet habe, dann ist es ein Geld zu verabschieden. Ich bin ein Geld zu verabschieden. Ich will das jetzt auch mal gucken. Was, jetzt gehen Sie? Ich habe noch nicht Geld bekommen. Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Mein Geld, der noch einen Geld zu geben, hat sie sich für Sie. Ich habe noch einen Geld zu kaufen. Ich bin ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ich habe mich sehr gut verletzt. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ja. Ich bin schnell weggegangen. Und dann haben wir uns die Frage. Ich bin ein Wettbewerb. Ich habe eine Wettbewerbs. Jetzt bin ich ab und ich bin ein Wettbewerb. Ich bin schon mal gleich. Hm. Absolut, ich habe eine Wettbewerbs. Aber ich habe mich am Wettbewerb. Ich habe es um an zu erhöhen. Ich habe noch ein Wettbewerb. Wer trägt denn sowas mit sich? Also... Ah, ich liebe seinen Akzent beim Reden. Vor allem so einfach machen wir ihm das nicht. Und Kaito, mein guter Freund, er ist auch dabei. Krieg dich doch eh, also. Warum gibst du nicht eh auf? Ich bin doch ausgewichen, das verstehe ich. Ich sehe, das wird Quick-Time-Events und ich, wir sind nicht so gute Freunde. Das wird in Zukunft auf jeden Fall ein Problem werden. Definitiv. Nein, er ist gefallen. Es tut mir so leid, Kimura, Takuya. Es tut mir leid, Kimura, Takuya. Ich wollte dich das nicht. Oh, jetzt. Dich hab ich jetzt. Jetzt reden wir hier mal, Takeles. Schreiben in dein... Klassenbuch, was für ein böser Junge du warst. Sagen sie das nicht immer. Leg dich nicht, Bruce Lee, an. Ich will ihn mit der Mülltonne verprügeln. Oh ja. So nicht. Die schnapp ich mir auf. Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, dass das gut Gewaltabbau, also Aggressionen abbaut. Zumindest für mich. Park in der Gastro, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Du hast auch... Tantei te言ってた, na. Name war... Hm. Imasara Mensch, kommkann,でもないだろう. Yagami da. Du hast dich! Aber du hast dich, nicht? Du hast dich immer gewalt. Du hast dich bewirkt, oder? Oh, oh! Du bist so nett, du bist so nett, oder? Moment, Kai-Toi. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Verkund? Du bist so nett! Du bist so nett, wenn du mit dem Geld verdienst. Du bist schon fertig. Wenn du den Menschen bittest, dann wirst du wirklich Angst. Du verstehst! Dieses Hemd ist der Hammer. Ja. Das wird ihm eine Lehre sein. So nicht. Macht man nicht. Erst die Schulden bezahlt. Dann Pferderennen hingehen. Guter Deutsch. Oh, das Intro. Mach nur die Weg, damit ihr das Intro genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir Kimura Takuya spielen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.